Yo Leute, Willkommen zu einer neuen Faltisode. Heute fahren wir erstmal nach Vaterstetten zum Michi und dann wird nachher Tim auch noch dazustoßen und dann fahren wir zusammen nach Gedo, Geltendorf Faltisode, seit langer Zeit mal wieder. Ich hatte schon, ich glaube zwei oder so abgedreht, die mir beide nicht wirklich gefallen haben und ich würde einfach keinen Müll präsentieren, deswegen habe ich die nicht veröffentlicht, aber ich werde auf jeden Fall, solange es noch geht, solange es das Wetter noch hergibt, weiter welche produzieren. Und im Winter schauen wir mal, ob wir vielleicht dann auch mal irgendwie beim Skifahren oder sowas einorganisiert bekommen. Also wenn ihr da auf sowas Bock habt, dann lasst es mich einfach mal wissen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn ich hier im Skatepark bin. Na, bei dem... Das ist ja alles trotzdem. Das ist er, der Faltmacher. Servus. Servus. Ich stelle da in das Video gerade schneller. Ich habe gerade Werbung für dich gemacht. Uh, sehr gut. So, ich bin jetzt im Skatepark angekommen, der Michi ist gerade mit seinem Fotoshooting fertig geworden. Leider ist alles nass, ungefähr außer ein, zwei Quarters. Das heißt, wir werden jetzt einfach nur kurz auf Tim warten und dann nach Geltendorf fahren, weil da ist es eigentlich immer schön. Zäh, jetzt musst du Faltisort oder was? Faltisort. Echt? Ja, tschüss. Hier geht's. Jetzt kann der powers extra. Hier geht's. Alles klar? Alles klar? Alles klar? cybersecurity? Ich hab schon wieder den Lenker nicht gekürt. Das wird heute eine Bikey Soul. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. 2 cm, 2, 3 cm. 2, 3, 15 cm. Du kannst nur 2 cm, dann kannst du es noch schleifen. Wie willst du das jetzt machen? Ja. Bssst. Ich mach jetzt einfach mal so super pro. Anlassen! Intelligenz ist nicht deine Stärke, oder? Das war eine Seite, die ist schon geflext. Er hat gesagt anlassen. Ja, das versteht man nicht so ganz, wo man da steht. Dein Essen. Das untere. Anburden. Oh Gott, das wird schnell. Der Tom ist doch ein super Plan. Mhh, lecker, lecker. Name für Timmy. Michi, warum fährst du nicht? Ja, keine Ahnung, so ein Spasschen namens Faltenbacher. Hab mich so abgefuckt, dass ich einfach keinen Bock hab, heute zu fahren. Kennt ihr ja alle. Michi, was geht hier? Ich hab keine Ahnung, es sah erst nach Game of Bike aus. Jetzt schauts aus nach übermotivierte Leute, die grad neue Tricks lernen. Es war in diesem Moment, dass Nathan wusste, dass er aufgerollt. Eine Klimaanlage. Wir sollten gleich zusammenfahren. Das ist die Klima wie du und du die Höhe. Die Zeiten. Ruf den an, du diese Nummer. Vor allem, du Mixer, du blättest die anderen noch rein. Ja, ja. Probiert uns das einfach. Get the camera on my face. Und überhaupt. OMG, die sind Rainbow. Leichte mal was, nicht hier nur rumliegen. Soll ich was reißen? Ja, reichte mal was. I am the one, the one, your son. Uuuuh. Alter, die Sonne sieht hier so schön aus. Darf ich meinen Whip mal sehen? Nein, ich sehe schön aus. Der war echt traumhaft, glaube ich. Tim, du siehst, du bist dich mal zu sehen. Besser ist es. Das sah zu herrlich aus, Alter. Bleib lieber beim Scooter, Tim. Das sah zu herrlich aus, Alter. Bleib lieber beim Scooter, Tim. Weißt du was hier so? Egg smashed. Bam, wieder hoch oder was? Ja. Au. Oh. 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 Ja man, ja. So ist es halt oprobar, wenn ich fütten darf. Klass. Die arme Matratze. Nein! Nein! Widerbelegung! Ich bin mal voll verplant, wo meine Hände sind sollten. Du warst ne ganz tolle Matratze. Ciao! Boah, ich wurde gerade fast gekorbt. So, wir sind jetzt wieder angekommen. Und Falti nervt uns, weil Falti will unbedingt auch Ciao sagen, filmen. Ciao, Falti! Ciao, Falti! So, gute Nacht! Und ja, ich war jetzt wieder heim und ja, dann sehen wir uns den nächsten Falti Sood. Sim, ho auf! Bis dann! Jabbits!